Ja, ich bin Rainer, ich bin hier Betriebselektriker bei Oppart und wir haben vor kurzem zwei PV-Anlagen hier installiert in Eigenregie. Einmal 13,5 kW auf einem kleinen Flachdach und einmal 105 kW auf unserer großen Logistikhalle. Wir haben uns entschlossen, diese in Eigenregie zu bauen, da die Kosten von extern sehr hoch gewesen sind und ja, so können wir die Amortisationszeit so gering wie möglich halten. Insgesamt haben wir auf beiden Hallen ca. 240 Module installiert und hatten jede Menge Arbeit, jede Menge Spaß und versuchen mit der Anlage ca. 50% unseres Energiebedarfs zu decken. Wir haben die zwei Anlagen mit Kollegen auch aufgebaut aus dem Service und aus der Instandhaltung und im Nachhinein muss ich sagen, war eine relativ gute Maßnahme für Teambuilding, für Zusammenarbeit und wir haben glaube ich alle ein bisschen was dazugelernt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.